Meine lieben Freunde, ich singe Ihnen jetzt noch mal eben ein ganz neues Seemannslied. Was ein Seemann ist, das wissen Sie doch, ne? Ja, sicher nicht. Nee, Leute, das sind ja diese handfesten Kerls, die immer singen, das kann doch ein Seemann nicht erschüttern. Und Seeleute gehören ja auch zu der Kategorie Menschen, also die, die den Alkohol verachten. Das wussten Sie noch gar nicht, ne? Ich wollte das auch nicht glauben, aber da hat neulich sogar der Husumer Alpenverein, der hat geschrieben, der hat geschrieben, also, er stimmte gar nicht, was immer in den Seemannsliedern behauptet wird, dass nämlich, dass nämlich die Seeleute so eine Vorliebe hätten für Whisky, Gin und Rum und dass einige sogar von ihnen entgeben haben, eine Braut hätten und so, ne? Nun habe ich sehr lange drüber nachgedacht, habe ich auch an kompetenter Stelle erkundigt natürlich und dabei ist nun dieses Lied entstanden, ne? Denkt der Seemann wirklich immer nur an Whisky, Gin und Rum? Ja, das ist es, was ich gerne wissen möchte. Und ich fragte Käpt'n Sauerfleisch, das alte Unikum, doch was der erzählt, das glaube ich nicht so recht. Der sagt, er war auf der Monte Abstinento Kapitän, ja und trinken täten die Matrosen wohl. Aber Gropp und Schnaps und sowas wollen die Leute gar nicht sehen. Nein, die trinken keinen Tropfen Alkohol. Und er sagt, die Abstinento traf mal in Damaskus ein und der Sultan lud sie ein, diverse Mal. Zur Besichtigung der Haremsfrauen und zu kühlem Wein, doch man lehnte ab von wegen der Moral. Schließlich nannten sie den Sultan einen lasterhaften Knilch und sie jachten ihn vom Bord mit viel Geschrei. Statt im Harem saß man lustig bei entramter Vorzugsmilch in dem Ausschangraum der Städtchen Meierei. Wenn das man stimmt, wenn das man stimmt, dass so ein Seemann nicht ganz gern mal Kleinen nimmt. Und dann sagt er, herrlich war's in Rio, im Matrosenheim, grad Silvester, och die Stimmung war vermoos. Man berauschte sich an Himbeersaft und dicken Haferschleim. Und grad Haferschleim macht ja so hemmungslos. Und der Himbeersaft, der wurde natürlich weggeputzt wie nichts. Um den Haferschleim, da schlug man sich, herrjeben. Schließlich hat man sich die letzten Flocken aus dem Bad gewischt. Und wir rufen jetzt nen starken Fliederschenk. Wenn das man stimmt, wenn das man stimmt, dass so ein Seemann nicht ganz gern mal Kleinen nimmt. Wenn das man stimmt, wenn das man stimmt, dass so ein Seemann nicht ganz gern mal Kleinen nimmt. Und dann sagt er, ein von seinen Leuten wurde mal geimpft, denn man tut für die Gesundheit nie genug. Als der Arzt ihn tupft mit Alkohol, da hat er bös geschimpft. Und dann fiel er prompt in Ohmacht vom Geruch. Und damit er wieder zu sich kam, hat man als Medizin in zwei Konjaks eingetrichtert mit Gewalt. Und dann ist er ja auch aufgewacht und hat laut Pui geschrien. Wenn das man stimmt, wenn das man stimmt, dass so ein Seemann nicht ganz gern mal Kleinen nimmt. Wenn das man stimmt, wenn das man stimmt, dass so ein Seemann nicht ganz gern mal Kleinen nimmt.